Herzlich Willkommen hier zur Weilefolge Rommarsch. Wir ernten aktuell auf Feldnummer 142 ab. Heu ist bald fertig. Und du seht ihr das zweite Fahrzeug ist schon da. Die werden gleich mal auf den NKW zurückgehen. Und hier geht aber Gas. Und die Heuwolleinsammeln. Das muss ja auch sein. Wir haben hier zwar kein Schlechtwetter vorhergesagt, aber wie gesagt die Heuwolle müssen schnell vom Hacker, damit sie uns nicht verbohren. Die Weiserde hat gerade begonnen. Dann haben wir noch später vor unseren Tabak zu ernten. Beziehungsweise den Hopfen. Ist auch gerade schön gewachsen. Dann haben wir noch Gerste vor uns. Ist aber noch gar nicht so weit. Ist auch mal rechts zu sehen Gerste. Hier war es genug Arbeit. Und schauen ob wir fertig werden. Räubern. Wenn wir gleich ins Lager fahren. Entweder ein sist. Oder wenn der Platz ist. Wart. Stichwort. Mischvolle Fabrik Hier wird nicht gerast Gut geflogen So Jetzt hätten wir ein Problem 5 Tage Heuernte So ungefähr Gas wegnehmen Und die Prober kriegen Blocking Wieso? Achso das sind die anderen beiden Fahrzeuge jetzt voll Das sind die Abfahrer Ganz gut durch den LKW machen lasse Quatsch Mit Traktoren Weil mit dem LKW gibt es noch mehrere Probleme denke ich mal Zumal es in Dangle gespannt ist ne Ist ja nicht so dass die Fahrzeuge regulär gibt ne Aber ist halt so ne Das irgendwie auch mal ein Mist zum BGH bringen oder zum Naja gut Das schaffen wir in der Ernte nicht Sobald das fertig ist Wird hier gedüngt Na das geht ja im Prinzip auch alleine Das Düngen ist ja das Allerkleinst Problem was wir haben Gas wegnehmen Und dann kann man die Kurve rum Nehmen wir die 3 Strecke weg Hier nochmal rauf Gas weg Ne Und dann wieder Gas geben Einen noch Das war geil Boah meine Beine Das ist folgendermaßen Fünf 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 Von der Marsch Aber da wurde schon sechs von der Thüring aufgenommen Kommt langsam vorwärts Heute noch ein paar Videos bearbeiten Und hochladen Für morgen Und dann Naja Heute ist Samstag Für Sonntag Folge 5 Müsst ihr jetzt rechnen Also schon ein paar Tage voraus Schon Geschichte Ja hier das ist unser Hopfen Kann die Bierproduktion was wir anlaufen Weizen haben wir aktuell Ne Ne Ernte Entschuldigung Und die fahren wir jetzt in den Muschverläuern Die fahren wir jetzt in den Muschverläuern Dass die Lagerwaren schon fertig ist Die Lagerwaren schon fertig ist Die Lagerwaren nicht jetzt Könnt ja sein ne So Ne Ne Eins Zwei Drei Dann Die Wesen He Hier spuckt es. Gut, heu ist trocken, voll. Heu ist voll. Da kommen so ein Geräusch her, hier, keine Ahnung. Wir holen den nächsten Fuhrer, wir fahren in das Lager rein. Lern uns nicht, den Lkw zu fahren. Ja, das klappt jetzt anscheinend mit der Fahrerei. Das klappt jetzt anscheinend mit der Fahrerei. Das Problem ist dabei, dass sind zwei Drescher fahren. Die beide fahren verbannt. Das Problem, das weiß ich nicht. Aber da waren wir nicht runter. Halt. Doch. Aber... Normalerweise saß hier ein Abfahrer oder zwei Abfahrer und ein Drescher. Das ist kein Problem, die warten entsprechend. Zwei Drescher und zwei Abfahrer. Wer ist zu wenig zuständig, ne? Oh, das habe ich ja nicht eingestellt. So, legen. Uh. Das habe ich ja nicht eingestellt, deswegen ist das ein bisschen... Könnte sein, dass Probleme geht. Könnte. Wüsste aber nicht. Können wir mal sehen, ne? Die Kühe. Das mache ich dann später. Machen wir die Ernte erst mal. Heute Nacht haben wir... Wenn wir außerhalb nicht so viel fahren wollen, ne? Kann man sehen. In dem Tag ist ja noch viel Zeit. Gedüngt werden. Soll es noch... Soll es noch... Falls das Gras noch wachsen sollte... Das glaube ich jetzt zwar nicht. Aber ich halte es nicht ganz schön ausgeschlossen. Und dann müsste ich die anderen Wiesen auch noch mähen. Aber keine Silage, sondern Gras. Äh... Heu. Ich habe so die Böse voran, dass das nächste Jahr nass ist. Und dann kann man kein Projekt. Gut, wir können zwar immer noch die Traktor verwenden. Aber wenn das nicht sein muss, ne? Kommt doch mit dem Sparen. Du hast kein Vermögen, aber... Extra Arbeit deswegen machen? Ne, muss ja nicht sein, ne? Hier werden wir auch entsprechend... Wenn es nicht mehr wachsen sollte, entsprechend... ...das Einsehen. Am besten gleich hopfen. Wäre eine Option, ne? Aber die Aussage beginnen wir eher erst im Herbst. Also jetzt nicht. Jetzt müssen wir mal die Ernte reinkriegen. Und zwar Weizen. Die anderen Felder sehen zwar noch nicht so aus, dass die bald reif wären, aber... ...wir müssen wir halt die nächsten Felder vorbereiten. Ich überlege, ob ich morgen die Folgen mache. Wollen wir noch nicht gut durch, ne? Die nächsten drei. Komm mal hin, nicht so schnell. Nicht aufgehen! Hier war ein LKW-Fahrer, ne? Oh, die weiße Ende klappt jetzt. Erstaunlicherweise. Ah, die Koffer. So. Jetzt haben wir das Heu runter geholt, ne? Um Feld. Dann fahren wir hier lang. Die Straße. Und brauchen die Brücke nicht hochfahren. Jetzt fahren wir in unser Silo rein. Hier ist der Wahnsinn. Schon wieder 20 Uhr. The Wahnsinn. Ja, heute probiert und es gab Start Schwierigkeiten. Die Lenkung wollte nicht, musste erst die Software neu lernen, dann wollte der Ton am Hauptrechner nicht so, wie ich es wollte, ging zwar theoretisch über den zweiten Rechner auch, aber es soll ja so sein, dass es immer geht, ob man möchte. War nicht so, das ist mal ganz komisch, aber machst du nachts oder irgendwann mal das Rechner aus, hat alles blendend funktioniert und dann machst du früh wieder an, geht nichts, beziehungsweise mit Schwierigkeiten, das muss man nicht verstehen, so, ich muss mal sehen, dass ich die Ballen alle einkriege, wenn man nicht ganz sicher ist, alle einkriege. Bei Heuballen kannst du so nicht stehen lassen, den musst du irgendwie unterbringen und in dem Fall ist das Lager ganz gut, zu weit weg. Gut, den hätte ich nicht unbedingt haben wollen, aber gut. Sobald die Missfotopulzone läuft. Sobald die Missfotopulzone läuft, der Name nach hinten ab geht ja auch so abfahren klappt nicht. Na gut. Machen wir gleich. Hinten. Weiter weg, guck mal, ich sehe, was los ist. Ich glaube, wir können bisschen nach vorne fahren. Ach so geht. Nimm dir nicht auf. Das ist schlecht. Wieso geht das nicht? Das ist ganz schlecht. Ach na ja, gut. Er hat ja auch eine Balllage. Okay, dann muss ich den Balllage haufen. Guck da nicht gut ran. Lose geht rein, aber vor allem muss man höchstens und da rausholen. So. Ein bisschen improvisieren. Lassen wir mal Umhänger drauf. Können wir irgendwann darum, dass wir uns die anderen Fahrzeuge in den Griff kriegen. So. Deckel zu. Aus. So. Das soll es dann für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020